Die heutigen Technologien erlauben es uns, im Gehirn alle wichtigen Strukturen darzustellen, uns die Pathologien, also die Erkrankungen im Gehirn zu zeigen und gleichzeitig uns zu helfen, beide Operationen wichtige Strukturen zu schützen, den Tumor oder die Gefässerkrankung komplett zu entfernen. Wir kennen virtuelle Informationen in ein reales Bild herunterladen. Da hilft uns der navigierten Ultraschall. Das ist eine Untersuchung während der Operation, wo man bei einer Aufnahme machen kann. Und Bilddaten von Patienten aktualisieren kann. Die Information wird direkt ins Mikroskop eingeblendet. So kann man die Tumorgrenzen virtuell darstellen und sieht, wie man das Ausmass der Resektion planen kann. Robotik ist auch in der Neurischologie sehr wichtig und wir sind in der glücklichen Lage, eine sehr komplexe Ausstattung zu haben, mit der wir die Eingriffe noch sicherer und noch schneller durchführen können. Die andere Technologie ist die Mixed Reality. Das sind 3D-Brillen, wo man die Information vom MRI in einen dreidimensionalen Datensatz verlegen kann. Und das beispielsweise mit dem Patienten ansehen und sagen, was man machen kann. Ganz entscheidend ist, dass man gemeinsam mit dem Patienten und mit der Patientin die Lösung findet, die am schonendsten ist und gleichzeitig am effektivsten. Wir klären Patienten so auf. Das ist sich sicher fühlend im Behandlungsplan. Zum Glück gibt es immer wieder Erfolgsgeschichten, die einen auch selbst motivieren, weiterzumachen in einem Umfeld, das doch sehr anspruchsvoll ist. Das ist wichtig.